Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Hogwarts... ...Hogwartswerk ist die allerersten Maul... ...Minecraft Legends. Ähm, wir werden mal ganz kurz die 3 Kollegen da mitnehmen. Denn heute... ...klamm ich mir wieder einen Großangriff. Und zwar... ...würde ich sagen... ...weil wir gerade da sind, machen wir die weg. Ich mag die nicht. Ähm, davor würde ich ganz gerne nochmal... ...Kisten looten. Ich weiß nichts. Dann machen wir das Village. Einfach mal schauen, dass wir alle Ressourcen ins Volk kriegen, weil wir werden alle brauchen. To be honest. Jetzt habe ich 482 Gold dabei. Wie unsatisfying. Wir kriegen keine Kohle. Das ist ein Problem. Oh lol. Wie kommt ihr hier? ... 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 es muss doch irgendwie ein bach oder so gehen oder irgendwas muss man sich doch so geben außer chief menschen ich hab doch keinen grund das zu machen ist das das nächste hinter er muss ja alle umgebracht hier sind wir uns zurückgeblieben du zurückgeblieben bist du kosten mit sie durchsmiten da gibt es hier kein die pecklens weichen nie zurück jetzt werden sie noch härter kämpfen da unten da 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 und dann hat mich der elefant gesprochen hat dann kommt einfach nur so hierher da hat mich gespielt hat Nicht mich, aber meine Allies. Weiter, immer weiter nach vorne. Ich hab's geschafft. Das ist schön. Ich hab's geschafft. Was musst du hier? Ich hab's geschafft. 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 Wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder angegriffen von? Okay. Diese fickte Elefanten sind so fucking OP. Das ist der Wahnsinn. Minuten, mehr Minuten. Okay. Okay. Wir müssen jetzt ganz kurz in einer Sekunde warten. Okay. 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 Let's beginn. Okay. 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 aney Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Problem ist, die dürfen nicht unsere Ram zerstören. Wenn die die Ram zerstören, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Arbeit. So, da ist in die Menge ein paar Kupfer rein. Ach komm. So, da ist in die Menge ein paar Kupfer. So, da ist in die Menge ein paar Kupfer. So, da ist das jetzt ein Fehler. Ja, wir brauchen, oh Gott, sonst geht das Lappes aus. Das war ein richtiger Fehler. Okay. Wir müssen hier einfach nochmal eine Gruppe von denen reinschicken. Okay. 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 Das dumm ist, dass der Elefant jetzt da ist. vielleicht eigentlich triggert. Okay. der ist in unseren letzten Lappes. Okay. 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 Die Creeper haben nochmal ein bisschen Damage gedealt, aber das reicht nicht. Und ich würde sagen, das war es mit der Folge. Ich komme hier auf jeden Fall zurück in die nächste Folge. Haut rein. Ciao. Jun Elliot. Dann ta похauen.